Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video und heute geht es um eine Sonnenfinsternis mit Wurms und zwar eine Sonnenfinsternis, die am 20. April stattfinden wird. Im Zeichen Widder, so an der Schwelle zum Zeichen Stier. Also das ist so eine Grenz Sonnenfinsternis, die aber eben wie gesagt gerade noch im Widder drinnen ist und darum ist sie bedeutend. Du kannst dir vorstellen, Finsternis bedeutet immer, das Licht geht weg, es wird etwas sichtbar am Himmel, es wird unter Anführungszeichen Dunkelheit sichtbar am Himmel und deshalb ist so eine Sonnenfinsternis schon ein bedeutendes Ereignis. Sichtbar wird sie sein in Australien und so Südostasien, das heißt so Philippinen, Vietnam, Rhein, aber man kann da auch durchaus mal Taiwan dazuzählen und mal schauen, also auch da wird sie sichtbar sein. Also so im Pazifikraum. Und das ist natürlich so eine Region, wenn man jetzt an die aktuellen Konflikte denkt, die gerade so brodeln zwischen USA und Russland, USA und China, ist das durchaus eine Sonnenfinsternis, die ein enormes Spannungspotenzial bietet, denn es mischt nicht nur Sonne und Mond, die sich dann am Ende des Widers treffen. Und Widder ist ja reine Energie, ist ja Kraft, ist ja auch Dynamik, ist aber auch Streit, sondern wir haben auch ein Pluto-Quadrat. Und der Pluto, von dem hast du ja viel gehört in letzter Zeit, der Pluto ist ja jetzt gerade rüber gespaziert, so vom Steinbock, von der Struktur, von dieser Strenge hinein in den Wassermann. Und genau an dieser Schwelle, genauso an diesem Grenzgang, bildet sich ein Quadrat zwischen Sonne, Mond und Pluto. Und das ist immer schon ein Druckaspekt. Also Sonne-Pluto-Quadrat, das ist immer schon so ein gewisser Macht-On-Macht-Aspekt. Also das ist schon ein transformativer Aspekt, den man spürt. Der Pluto will ja eigentlich Wandlung, der will ja eigentlich, der will ja etwas transformieren. Der will ja da auch etwas aufbrechen lassen vielleicht oder etwas enden lassen, damit etwas Neues entstehen kann. Und genau dieser Aspekt trifft also jetzt bei dieser Sonnenfinsternis in Südostasien zusammen. Ja, was kann das bedeuten? Zusätzlich zu dieser Sonnenfinsternis haben wir ja noch weitere Spannungspunkte am Himmel. Und zwar haben wir eine Uranus-Merkur-Konjunktion im Stier. Was bedeutet das jetzt? Merkur ist ja auch so, ist ja so, das Denken ist die Kommunikation, ist die Sprache. Und da kommt jetzt so der Uranus, der Revolutionär noch einmal dazu. Also man kann sich vorstellen, okay, vielleicht ist da etwas noch nicht ganz klar, da ist etwas ein bisschen durcheinander, da ist etwas aufgewühlt. Und da kann es eben auch sein, dass Völker miteinander streiten oder sich nicht so wirklich verstehen, auch mit dem Uranus. Oder im Idealfall, im Positiven natürlich auch, dass man sagt, okay, da kommt etwas Gutes raus. Da schafft man zukunftsträchtigere Verträge, wenn man das alles positiv einmal betrachten möchte. Und das kann man ja auch natürlich. Also man muss ja nicht immer den Teufel an die Wand malen. Was ich allerdings so sehe bei dieser ganzen Geschichte, also noch einmal Merkur-Uranus im Stier, also da ist es natürlich schon noch einmal wichtig, dass du aufpasst eben bei Reisen, bei Maschinen bedienen. Also bei diesen Geschichten bitte ein bisschen vorsichtig sein in dieser Zeit rum. Also auch eben rum um so April, auch mit Urlaubsreisen in diese Gebiete, Ende April wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil da kann natürlich, weil der Pluto ja gerade auch so ein Wassermann ist und Wassermann ist Luft, also da können Stürme, da kann schon was entstehen, wo man sagt, okay, da können auch noch einmal Wetterphänomene auftreten, die da nicht so ideal sind. Aber auf jeden Fall mit diesem Quadrat, Sonne, Mond und Pluto ist das wirklich eine spannende Zeit, eine Zeit voller Anspannungen. Zusätzlich, was wir noch drinnen haben, ist ein Halbquadrat Jupiter-Venus und wenn man jetzt noch einmal so diese Stierbelastung anschaut und Jupiter-Venus hat ein Halbquadrat und der Jupiter selber steht ja auch im Wetter drinnen, die Venus im Zwilling, dann kann man da auch wieder sagen, naja, vielleicht ist das trotzdem noch einmal so ein Aspekt, wo Streitereien möglich sind, wo man sich nicht so wohl in seiner Haut fühlt, wo eventuell auch eben auch die Erde wackelt. Also mit der Venus als Repräsentant des Erdprinzips und mit Jupiter, dass da Energie oder etwas zu viel ist und da eine Spannung raufkommt, könnte ich mir auch vorstellen, dass da durchaus auch so eine Erdbebengefahr sich entwickeln kann in dieser Zeit. Es ist auf jeden Fall eine angespannte Konstellation, es ist auf jeden Fall etwas Prägendes, auch für diese Region. Also wir werden dann beobachten, so Ende April rein, was wir denn aus dem Pazifikraum so hören, was sich denn da tun wird. Aber die Sonnenfinsternis, wie gesagt, wird Australien sichtbar sein, Vietnam, Philippinen und Thailand rein. Also das sind auch so Urlaubsgebiete, wo ja eigentlich so der Europäer gerne ist. Also da wäre ich einfach ein bisschen vorsichtig, weil das durchaus ein spannungsgeladenes Potenzial hat. Im Großen und Ganzen ist es halt eine interessante Zeit. Wir haben diesen Pluto-Schwellengänger, wir haben diesen Schwellengang zwischen Sonne rein in den Stier, Mond rein in den Stier. Also das sind ja durchaus spannende Aspekte und wieder Zeichenwechsel, die wir da erleben werden. Und mal schauen, was sich da tut. Mit Uranus natürlich auf dem Merkur im Stier, das ist wieder so eine, auch noch einmal ein Wandel natürlich im Handel. Ja, also im wirklichen, im buchstäblichen Sinne des Handelns, also des Geschäftemachens. Also auch da tun sich vielleicht überraschende Wendungen auf. Also ich wäre da auch ein bisschen vorsichtig jetzt mit Verträgen dann in der Zeit noch dazu, weil ja dann Merkur dann auch bald einmal rückläufig wird. Und da würde ich in dieser Zeit generell ein bisschen achtsam sein, ein bisschen aufpassen. Also nur, dass du es mal am Radar hast, eine Sonnenfinsternis mit Wucht, eine Sonnenfinsternis mit einer gewissen Energie drinnen. Wir haben natürlich dann, wenn du es jetzt auf Neumond legst, auch noch einmal dieses Thema Macht on Macht drinnen. Und wenn du jetzt ins Persönliche reingehst, mit Sonne und Mond noch einmal zwischen Widder und Stier, dann geht es zwischen ich will und was ist mit der Masse. Also was will das Individuum, was will die Masse? Und wer hat denn jetzt bitte, wie sage ich denn, wer hat denn da jetzt den Vorrang? Also auf was soll man sich da konzentrieren? Und ich denke, das wird ein wesentliches Thema im April auch sein. Also gehe ich mit einer Masse mit oder konzentriere ich mich so auf mein Innerstes, auf meine Energie? Und da ist immer die Faustregel zu fragen, was hast du denn in der Hand? Was kannst du denn kontrollieren? Wo kannst du denn wirklich Kraft ausüben und wo kommst du in deine Eigenermächtigung? Und Macht und Eigenermächtigung findet immer im Inneren statt. Das ist nichts, was dir im Außen gegeben werden kann. Dir kann die Herde eine gewisse Sicherheit geben, eine gewisse soziale Sicherheit, auch eine gewisse Struktur. Aber das ist das Klare, diese klare Durchsetzungskraft findest du eigentlich in deinem Innersten und um das geht es ja dann letzten Endes. Und der Pluto im Wasser, man ruft ja auch zu dieser Individualität auf. Der ruft ja richtig, dass man sagt, hey, steh zu dir, steh zu deiner Vision und lass dich von der Vision nicht unterdrücken, sondern leb die aus, entfalte diese Vision. Und da ist es auch, denke ich, eine gute Zeit für dich, Wege zu finden, klarer zu werden. Gerade wenn dann auch der Merkur dann nachher rückläufig wird, wo man sagt, ja, im Außen mit Geschäft, mit Verträgen, das ist ja eine zähe Zeit. Da ist etwas, wo man sich vielleicht auch ein bisschen schwer tut mit dem Denken, wo ich vielleicht langfristige Pläne schmieden kann, aber schnell was umsetzen wird da wahrscheinlich schwierig sein in so einer Energie. Also da würde ich eher darauf achten und schauen und mich ein bisschen darauf konzentrieren, eben wo habe ich wirklich diese Kraft, wo kommt meine Macht her und die wird dich ins Innere führen. Also es ist sicher eine Zeit, wo du auf dich schauen sollst, wo du dich vom Kollektiv nicht zu sehr ablenken lassen solltest oder von dem Außen nicht zu sehr ablenken lassen solltest. Denn gerade auch mit Merkur, Uranus im Stier, da geht es ja dann auch noch einmal um, eben wie gesagt, Wandel der Werte. Das ist noch einmal so, das kann auch das Zahlungsmittel sein, bitte. Also ganz klar, bleib da bei dir, bleib da klar in deiner Mitte, in deiner Kraft. Lass dich nicht von irgendwelchen Äußerlichkeiten ablenken oder Kirre machen. Das, denke ich, ist da ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und wie immer, keinen Frust aufkommen lassen. Das ist nämlich auch so eine Frustrationszeit, weil man so viel eigentlich womöglich möchte oder spürt und es tut sich aber noch nicht so das auf, was man sich vielleicht vorstellt oder was man sich wünscht. Weil jetzt eigentlich die Energie dann, durch das das Sonne und Mond da jetzt auch mehr in den Stier reingehen, das ist ja eher was Behebigeres, was Ruhigeres. Also das ist jetzt nicht die Energie, wo ich sage, da reiße ich jetzt die Welt nieder, sondern da wird es dann wieder ruhiger, obwohl eben, wie gesagt, diese Aufladung mit Pluto noch sehr geballt ist. Und wenn dieser Druck, diese Energie so ins Volk kommt, wenn dieser Druck, wenn diese Energie so reinkommt, dann ist da durchaus eine gewisse Unruhe, eine gewisse Unzufriedenheit spürbar oder eine gewisse Aufregung auch spürbar. Im Positiven, wie gesagt, heißt es einfach, komm zu dir, schau, was hast du wirklich in der Hand und lass dich nicht zu sehr beunruhigen von irgendwelchen Schreckensmeldungen im Außen. Ja, das wären mal so meine Ideen zu dieser Sonnenfinsternis, die, wie gesagt, so im Australien, Südpazifik sichtbar wird am 20. April und die durchaus eine Wirkung hat, auch bei uns. Also schau es dir einfach mal an, was sich da tut. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja, und wenn du jetzt, weil wir gerade vom April sprechen, im April startet auch meine Ausbildung wieder in der Energetik. Ich bin ja, bevor ich eigentlich zur Astrologie gekommen bin, bin ich ja seit 21 Jahren schon in der Energetik tätig und lehre Leute auch, das Energiefeld zu sehen und wie man energetisch damit arbeiten kann. Und ja, die Ausbildung startet im April, da findest du alle Infos auf meiner Homepage und ich würde mich natürlich freuen, wenn du da mit dabei bist. Der Kurs findet in Linz vor Ort statt, ist kein Online-Kurs, aber ja, vielleicht passt es ja mal, dass du persönlich zu mir kommst, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und alles Liebe aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Ereni. Tschüss. 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 Vielen Dank.